Lass mich dir ein paar Beispiele geben, wie moderne Bibelübersetzungen Gottes Wort verdrehen, okay? Und ihr müsst es nicht aufschlagen, ich gebe einfach nur schnell ein paar Beispiele. Wie moderne Bibelübersetzungen, sogenannte Bibelübersetzungen, es sind keine Bibeln. Es ist Müll, es ist Dreck, wie sie Gottes Wort verdrehen. Markus 10, Vers 24, da sagt die Bibel, die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Macht Sinn, nicht wahr? Wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Wenn du auf dein Reichtum vertraust, dann wirst du es verdammt schwer haben, in den Himmel zu kommen. Du wirst gar nicht in den Himmel kommen. Und wir sehen das, wenn wir Seelengewinn gehen, dass reichen Menschen oftmals stolz sind und sich nicht retten lassen. Denn sie denken, sie haben alles, sie sind in Sicherheit und sind ganz einfach stolz und nicht offen für das Evangelium. Und für solche Leute, ja, das ist schwer, weil sie eben ihr Vertrauen auf Reichtum setzen und nicht davon ablassen wollen. Sie wollen ihr Vertrauen nicht auf Jesus Christus setzen und gerettet werden. Was sagt die Elberfelder, auch die tolle Elberfelder? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Ich meine, was für ein Müll ist das? Die Elberfelder ist Müll, sage ich dir heute. Wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Hey, das letzte Mal, als ich die Bibel gelesen habe, habe ich von der Einfachheit in Christus gelesen, von der wir uns nicht abwenden lassen sollen. Das Evangelium ist einfach, es ist einfach, gerettet zu werden. Aber diese Pseudobibeln, diese korrupten Bibeln, sie stammen offensichtlich von reichen Leuten, die Geld machen wollen und sie lassen diese Teile dann natürlich weg. Wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen? Diesen Teil lassen sie weg. Machen einfach, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Hey, es ist einfach, gerettet zu werden. Jesus hat den schwierigen Teil für uns getan, er ist am Kreuz für uns gestorben. Wir müssen nur glauben. Aber diese Leute glauben natürlich nicht an Jesus Christus. Sie glauben nicht an Gottes Wort. Aber das weißt du doch gar nicht, Anselm. Doch, ich weiß das. Wenn sie an Jesus Christus glauben würden, würden sie auch an die Bewahrung der Bibel glauben. Denn das ist, was Jesus versprochen hat. Und rate mal was, wenn du einem Versprechen von Jesus nicht glaubst, und ganz einfach sagst, nee, das stimmt nicht, Gottes Wort ist verschollen gegangen, wir müssen es wieder ausgraben, dann glaubst du nicht an Jesus. Ich meine, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes, darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. So einfach ist das. Lukas 2, Vers 33 Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Macht Sinn, Josef und seine Mutter, denn Josef war nicht Jesus' Vater. Man könnte höchstens sagen, dass Josef Jesus' Stiefvater war. Aber er war nicht sein Vater, denn Jesus, rate mal was, ist Gottes Sohn. Was sagt die Lutherbibel? Ach, Luther, muss doch in Ordnung sein. Luther 2017, die 2017 ist überhaupt nicht in Ordnung. Da heißt es nämlich, und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Sein Vater und seine Mutter? Was für ein Dreck. Lukas 4, Vers 4 Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Die Hoffnung für alle sagt, aber Jesus werte ab, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot. Punkt, fertig, aus. Aber was lassen sie weg, sondern von einem jeglichen, also von einem jeden Wort Gottes. Siehst du, wenn der Mensch von einem jeden Wort Gottes lebt, dann brauchen wir auch eine tatsächliche Bibel, die jedes Wort Gottes enthält. Aber sie lassen Teile der Bibel weg. Dann könntest du sagen, ja, aber woher willst du wissen, dass sie das wirklich weglassen? Vielleicht haben sie ja ältere und bessere Manuskripte gefunden. Aber hier ist das Ding, wann wurden diese angeblich besseren Manuskripte entdeckt? Nun, sie wurden vielleicht im 19. Jahrhundert entdeckt, als es losging mit dieser Textkritik. Sie wurden vielleicht im 20. Jahrhundert entdeckt. Willst du mir sagen, dass davor die Menschen nicht wirklich die Bibel hatten und wir jetzt etwas ausgraben müssen, dass Gottes Wort verschollen gegangen ist? Ich weiß, dass sie diese Verse oder Teile weglassen, Teile verdrehen. Und woher weiß ich das, weil Gott sein Wort bewahrt hat? Und wenn dann kürzlich erst etwas entdeckt wurde, wo was anderes steht, dann kann es nicht Gottes Wort sein. Weil es vorher nicht, ja, es wurde vorher nicht genutzt. Es wurde erst kürzlich entdeckt. Es ist nichts, was bewahrt wurde. Es war verschollen. Aber Gottes Wort ist nicht verschollen. Ich meine, das ist einfache Logik. Ich hoffe, du verstehst das. Das ist einfache Logik. Aufgrund dessen, was die Bibel uns verspricht, dass Gott sein Wort bewahrt hat. Und weil Gott sein Wort bewahrt hat, können wir Gottes Wort predigen, so wie es dasteht. Den ganzen Ratschluss Gottes. Wir werden es auch tun. Wir haben die ganze Bibel. Und es spielt keine Rolle, in welcher Sprache natürlich. Ja, ich meine, für eine Übersetzung wäre natürlich die Grundlage optimalerweise der hebräische und der griechische Urtext, den Gott bewahrt hat. Aber hier ist das Ding. Wenn das korrekt übersetzt wird in eine andere Sprache, ist völlig egal, welche Sprache, dann ist es genauso Gottes perfektes, inspiriertes, bewahrtes Wort. Die Sprache spielt natürlich keine Rolle. Johannes 3, Vers 36. Oh, Johannes. Ich meine, niemand würde das verdrehen, nicht wahr? Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ganz einfacher Vers. Entweder du glaubst an Jesus oder du glaubst nicht an Jesus, dann hast du deinen Gottes Zorn, der auf dir bleiben wird. Elberfelder sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, so weit, so gut. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht. Siehst du, du kannst nicht einfach nur glauben. Du musst Jesus auch gehorchen. Ich meine, du musst auch Jesus nachfolgen. Du musst Jesus zu deinem Herrn machen. Das ist was Irrlehrer dann natürlich, worauf sich Irrlehrer dann natürlich stürzen. Auf verdrehte Verse in korrupten Bibelübersetzungen. Und das ist ein Vers, wo es nicht um einen Unterschied in irgendwelchen korrupten Manuskripten geht, sondern dieser Vers wird falsch übersetzt, weil die Leute, die Übersetzer hinter diesen Übersetzungen gar nicht wirklich Griechisch sprechen können. Wusstest du das? All diese griechische Experten, die hinter diesen modernen Bibelsetzungen stehen, die können nicht wirklich Griechisch. Du könntest sie nicht fragen, Katala, Venete, Elinika. Sie hätten keine Antwort darauf. Sie können kein Griechisch. Und dann kommt so ein Müll dabei raus. Wer aber dem so nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern zu einem Gottesblatt zurückgehen. Aber Anselm, das ist nur ein Vers von vielen. Ja, aber was machen Irrlehrer? Was machen Irrlehrer? Sie nehmen diesen Vers in dieser korrupten Bibelübersetzung und lehren ein falsches Evangelium. Verdrehen Gottes Wort. Apostelgeschichte 8, Vers 36 bis 37, da sagt die Bibel, Also ganz einfache, wichtige Frage. Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Was ist die Antwort? Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Was sagt die NGU, die neue Genfer Übersetzung? Als sie nun ins Gespräch vertieft, keine Ahnung, woher sie das nehmen, das steht da eigentlich gar nicht. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Wieder, gute Frage. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Was ist die Antwort in Vers 37? Zitat Ende. Das ist die Antwort. Dann geht es einfach weiter in Vers 38 und er befallt, den Wagen anzuhalten. Beide Philippus und der Äthiopier stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Das heißt, du bekommst in einer modernen Bibelübersetzung gar nicht die Antwort auf die Frage. Was hindert mich, getauft zu werden? Vers 37 fehlt. Sie lassen das weg. Und es macht für einen logisch denkenden Menschen, macht es natürlich null Sinn. Da steht diese Frage, diese offensichtlich wichtige Frage, dann erwartet man die Antwort und es kommt keine Antwort. Aber ältere und bessere Manuskripte. Was für ein Schwachsinn. Matthäus 18, Vers 11. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Was sagt die Hoffnung für alle? Ja, die Bibel, die dir Hoffnung gibt. Was sagen die? Zitat Ende. Das war's. Den Vers gibt's nicht. Matthäus 18, Vers 11. In deiner bescheuerten Hoffnung für alle. Keine Hoffnung für alle. Aber Anselm, du verstehst es einfach nicht. Es werden ältere und bessere Manuskripte gefunden. Also mit anderen Worten, es werden ältere und bessere Christusse gefunden. Ich meine, ich dachte, dass das Wort Jesus Christus selbst ist. Mir geht es dabei natürlich nicht um das Papier, um das buchstäbliche Buch, sondern um den Inhalt. All diese angeblich älteren und besseren Manuskripte sind wie falsche Propheten. Sie sind wie falsche Christusse. Sie sind vom Teufel.